Also da wird man mit einem sicheren Jein antworten lassen. Also es gibt auf der einen Seite eine ganze Fülle von Anwendungen, in Fällen von virtueller Realität, die sich auf verschiedene Erkrankungen richten. Also ganz lange bevorstehenden zum Beispiel schon Angsterkrankungen oder Phobien, wo also durch sogenannte Expositionen, also durch ein sich aussetzen gegenüber dem angstauslösenden Reiz, dann sozusagen so eine Art Gewöhnung stattfinden kann und jetzt etwas lose gesprochen, wir sozusagen die Angst wieder verlernen können. Während wir uns immer wieder einer angstauslösenden Situation aussetzen, dann aber feststellen, dass sie dann doch am Ende gar nicht so angsteinflößend sein muss, weil keine schlimmen Dinge passieren und keine Konsequenzen folgen. Das ist sehr, sehr gut beforscht und auch wird auch breit schon angewendet. Hat den großen Vorteil, allerdings von der technischen Seite her, dass es da zum Beispiel ausreicht, Hochhäuser zu besteigen, aus hohen Höhen runterzuschauen oder sowas. Sehr viel komplizierter wird es tatsächlich in der Tat, wenn wir beginnen wollen, mit anderen Personen zu interagieren, also mit virtuellen Charakteren oder Agenten oder möglicherweise Avataren. Also Avatare im Sinne von Doppelgänger, die tatsächlich für das Verhalten einer anderen Person stehen. Und da ist meine Einschätzung, dass wir da tatsächlich noch sehr am Anfang stehen. Wir können tatsächlich mit sehr einfachen Mitteln ein Gefühl erzeugen, dass man tatsächlich mit einer anderen Person interagiert. Das funktioniert etwa so, dass man die Versuchsperson oder wirklicherweise Patientin oder Patient einer anderen echten Person vorstellt, sodass dann, man könnte sagen, so eine Art Top-Down-Processing schon einsetzt, man also voreingestellt ist und die Erwartung hat, dass man mit einer anderen Person interagiert. Und dann braucht es eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, plausible Verhaltenssignale von einem virtuellen Agenten, den man da zum Beispiel auf der Leinwand zieht oder man möglicherweise dann auch an der VR begegnen würde. Das geht tatsächlich sehr schnell. Das ist aber noch relativ weit natürlich von Anwendungen entfernt. Man kann sich aber durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel sowas wie gemeinsame Aufmerksamkeit durch Blick wendet. Also wir machen uns gegenseitig, indem wir auf die Person schallen auf ein Objekt, auf die Person und so weiter und das immer hin und her tun, können wir uns gewissermaßen mit Blick verständigen oder uns verständigen darüber, dass ein bestimmtes Objekt irgendwie interessant ist, besonders attraktiv oder besonders gefährlich. Und solche Dinge könnte man vermutlich schon relativ schnell auch in virtueller Realität einsetzen. Man könnte das sich zum Beispiel als Trainingsinstrument vorstellen, etwa für Menschen mit Autismus, denen das tatsächlich schwerfällt. Kinder mit Autismus zeigen ein fehlendes Joint-Attention-Verhalten, also die reagieren auf diesen Blick nicht in der gleichen Weise wie nicht-autistische Kinder. Man könnte sich andere Einsatzmöglichkeiten vorstellen, sowas wie Trainings zum Beispiel von bestimmten Interviewsituationen, beispielsweise Bewerbungsgespräche. Ja, auch dafür gibt es schon tatsächlich Anwendungen, die aber bisher noch nicht umgesetzt sind insofern, als sie noch nicht ein fester Bestandteil von irgendwelchen Trainings oder Therapien oder wo ein Wäber ist. Ja, aber auch nur Abmilder. Also ich kann gar nicht sehen, dass die persönliche Beziehung überbrüchersetzt werden kann, aus ganz verschiedenen Gründen. Was man sich aber durchaus vorstellen könnte, wäre, dass man vielleicht gewisse Phasen überbrückt, wo es besonders eng wird oder vielleicht auch bestehende Pico-Therapie nochmal anreichert durch dann ausgesuchte Trainings-Komponenten zum Beispiel, die man nochmal in einer besonderen Weise dem Patienten zur Verfügung stellen möchte. Es braucht aber mit Sicherheit immer eine, wir würden sagen, Supervision. Die KI-Gemeinde spricht dann auch so von Supervised Learning oder Unsupervised Learning. Also es braucht sicherlich immer nochmal die Kontrolle, die dann einfach sich über die Kausabilität dieser Veranstaltung dann Gedanken macht und vor allen Dingen das natürlich einbettet. Ja, also wenn ich zum Beispiel so was wie eine Trauma-Exposition durchführen würde, was theoretisch mit VR gut funktionieren kann, dann geht es natürlich immer ganz besonders um die Frage, wie erlebt der Patient oder die Patientin jetzt dieses erneute Durchleben möglicherweise dieses Traumas und muss dabei psychotherapeutisch begleitet werden. Genau die Position würde ich vertreten, weil ich bei dem anderen, sagen wir, Prozesse der Einfühlung oder der Empathie, der gewissermaßen nie ein inneres Erleben erreichen kann, weil es kein inneres Erleben gibt auf der anderen Seite. Ja, es gibt natürlich wirklicher Weise sogar bis ein perfektionreichendes Ausdrucksverhalten, ich sage mal bewusst der Maschine auf der anderen Seite, aber das ist ja nicht das, was ich möchte, ja, sondern ich möchte ja eine authentische Beziehung, authentische Intersubjektivität und das gestioniert dafür nicht nur über, ja, man könnte sagen, also im Lips zu zitieren, Prozesse der Einfühlung, was dann ja sozusagen von Relatitioner übersetzt worden ist, zu Empathy, was wir wieder rückübersetzen wollen und jetzt auch benutzen als sogenannte Empathie. Und da sind Prozesse sowohl auf der bewussten als auch auf der unbewussten Ebene am Werk, die Gedanken und Gefühle vermitteln. Und diese Konplexität ist natürlich zum einen eine technische Herausforderung, aber ein bisschen darüber hinaus würde ich sagen, bleibt auch prinzipiell nun immer die Schwierigkeit, dass ich sozusagen nie eine echte Person auf der anderen Seite erlebe, weil sozusagen das innere Erleben nicht wirklich in dem Alkoholippus stattfindet oder stattfinden kann, sondern nur gewissermaßen immer nur, man könnte sagen, illusionär ist. Ja, solange das aber, wie gesagt, in so einem Rahmen beschnellt ist, von begleiteter Psychotherapie mit bestimmten fokussierten Aufträgen, halte ich das auf jeden Fall für potenziell bereichernd. Musik 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 Musik